Ich werde mit Freude und ein bisschen nervös zur Vorbereitung auf Bobbys Predigt aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 6 lesen. Nachdem dies ein internationaler Gottesdienst ist und wir auch in Europa zu sehen sind, lese ich den ersten Vers in Deutsch, französisch und holländisch. Und dann den ganzen Text. Auf Deutsch. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesu sind. Französisch. Maintenant, dann. Es gibt keine Condemnation für diejenigen, die unruhen zu Jesus Christ. Holländisch. Es ist deutlich, dass die Menschen, die in Christus Jesu sind, nicht verurteilt werden. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie Gott es gefällt, weil wir, an die Sünde versklavt, zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. So erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Was unsere alte, sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. Ich hoffe, diese Worte bauen Sie auf.